UNTERTITELUNG Bist du bereit dafür? Ich war noch nie in meinem Leben so bereit für etwas. Du weißt, ich liebe dich. Egal, was passiert. Ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir. Du und ich für immer. Forni. Ich muss dir etwas sagen. Wir trinken auf ein neues Leben. Tisch erwartet ein Baby von Forni. Ich hoffe, es wird ein Junge. Komm her, Tochter. Du bist ein gutes Mädchen und ich bin stolz auf dich. Das darfst du nie vergessen. Wer trägt die Verantwortung für das Baby? Der Vater und die Mutter. Ich möchte dich umarmen. Ich möchte unser Baby umarmen. Wir finden einen Weg. Dieses Kind wurde in Sünde gezeugt. Das Kind ist dein Enkelkind. Was spielt es für eine Rolle, wie es entstand? Schäm dich nicht, Schwester. Wir kennen Forni von klein auf. Soll er für etwas sterben, was er nicht getan hat? Das sind unsere Kinder und wir müssen sie befreien. Wir müssen sie nicht vertreten. Vergiss nicht, du bist aus Liebe entstanden. Und du hast ihr bisher vertraut. Also habt keine Angst. Vertrau auf die Liebe. Mach dir keine Sorgen. Ich bin bald zu Hause.